Und er versucht mir umzubringen. Nein, ich will jetzt hier längs. Oha! Geil! Sie ist weit gekommen. Hm. Oh. Es scheint eine Rotation zu haben. Die ich ausnutzen muss. Mal hier durchschießen. Nein. Oh Mann ey. Sowas Unnötiges. Das zieht mir so viel HP ab und kostet mich so viel Medikits. So albern. Jaau. Ja. Letztlichen Glückwunsch. Das hat mir jetzt nicht viel HP gekostet. Na danke. Überall sind diese scheiß behinderten Türme. Ich hab kein ordentliches Mittel mehr gegen die. Schießen wirkt nämlich auch nicht. Jetzt mal irgendwie Granaten. Ja besser kann ich nicht da hinfangen. Mann ey. Das ist so unnötig. Das ist so unnötig. Ich mein. Ein Splitter Cell okay aber. Hier? Scheiß behinderten Turm hier. Kannst mich mal. Na geil. Seh ich schon. Ich muss da rein. Hoffentlich stelle ich damit den Strom aus und die Türme sind ein für allemal weg. Weg. Off. Nice. Das hast du jetzt mit deinen scheiß Türmen. Funktioniert nicht mehr. Hä. Was ist denn das da hinten? Ah lol. Das ist er. Na den schnapp ich mir jetzt. Was? War ich hier überhaupt richtig? Ich will da rein. Da hast du ein Glück. Mann, 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 Mann. Das nächste Mal kommst du mir nicht so davon. Das nächste Mal kommst du mir nicht so davon. Aber das heißt auch wie das jetzt. Normale Gegner wieder antanzen könnten. Oder auch nicht. Ah ok, da gehts weiter. Ruhe, ich will das Telefon abhören. Hier ist Ben Muni. Sorry, dass ich mich erst jetzt melde, aber wir hinken im Zeitplan hinterher. Ich bin immer noch in der South River Claire Anlage, aber ich habe erste Ergebnisse für Sie. Alle Komponenten, auf die ich testen sollte, sind da, aber in erheblich höherer Konzentration als erwartet. Montagmorgen dürften Sie den Bericht auf dem Tisch haben. Bis bald. Ende der Nachrichten. Noll. Boah, dieses Rumgekrabbel hier. Ja, Licht aus. Kein Strom mehr. Vor allem die Batterie lädt sich dann so schnell auf. Ist doch ein bisschen komisch, oder? Möchte ich überhaupt raus? Nö. Okay, ich geh jetzt mal hier hoch. Boah. Okay, ich bin zwar auf gut Glück hier längs gelaufen. Das scheint richtig gewesen zu sein. Hm? Ich bin hier falsch. Anscheinend. Oh lol. Gibt hier noch einen anderen Weg. Ich bin hier so ein behinderter Turm. In이죠. Checkpoint. Huh? Passe, laufend! Ihr habt doch nicht nur eine 2 abgeseilt, oder? Dachte ich mir doch. Ah, komm raus. Okay, wenn es jetzt so rumruckelt beim Schießen, ist es echt behindert. Erstens die Leute zu treffen und zweitens Medipacks benutzen. So, jetzt wieder auf die Webform schalten. Ich meine, sonst zwischendurch stört das Ruckeln ja nicht. Aber mitten im Kampf ist ein bisschen viel verlangt, Leute. Nice. Wie viele Checkpoints denn noch? Müssen wir langsam auch durch Nummer 6 durch sein. Was habt denn ihr da gerade abgeschossen? Achso. Leuke in Deckung! Leuke in Deckung! Hammers? Sieht so aus. Gut, dass der Turm kaputt ist. Den hat er wahrscheinlich kaputt gemacht. Ich hätte vielleicht mal ein bisschen mehr die Fässer nutzen sollen. Oh, der Aufzug ist kaputt. Na. Oh, jetzt bin ich hier. Obwohl. Was ist das denn? Multi-Raketenwerfer? Hm. Sehr verlockend. Aber. Hm. Ich drücke erstmal auf den Knopf da. Jau. Okay, Multi-Raketenwerfer wichtig. Wichtig. Yo. Lol, das war's mit ihm Halleluja, ist das ein Brocken Das ist ja noch krasser als die krassen Typen Ich glaube mal ohne den Raketenwerfer wäre das ziemlich schief gegangen Ja, fahr ohne mich Dankeschön, alles dunkel Oder? Ähm Muss ich denn jetzt wieder über die Konsole? Geil Muss ich denn nicht durchkommen? Leute, hier wären noch Kanaten gewesen Okay, ich gehe durch jede Tür Jetzt kommt noch mal einer runter Das wäre noch Königlich gewesen, wenn sie da jetzt noch einen runtergeschickt hätten So, kann ich das auch von hier, von der Plattform betätigen? Ja, nice Okay Ich schätze mal da links, weil da werde ich wohl nicht durchkommen Noch was Schotty ist voll Oh, nice Nehme ich immer gern Die schicken jetzt aber nicht noch gleich einen hoch Oh, ist nicht dasselbe, wo ich hergekommen bin, oder? Ich bin verwirrt Warum sind die dann tot Gehen wir hier längs Kriege ich hier drunter durch? Nein Er trägt so schöne Schuhe Warnung Toxische Substanz entdeckt Notfallverriegelung aktiviert Ach, nö Das heißt, ich kann hier nicht rein Schade Ah, da ist er Ich kann bestimmt zu ihm hin, hier rüber Ja, nice Okay, so ein Schuhe klauen Hehehe Was liegt hier? Partikel, Leute Uh Nett Was hab ich dafür weggeschmissen? Ähm So Ja, die Waffe kriege ich auch anscheinend nicht mehr wieder Na gut Vielleicht ist Ich hoffe, die Partikelwaffe war's wert Notfallzustand aufgeführt Nice Nice Hallo Bill Ach, aus Wohngebieten Ich hab aus Mond Oder Mondgebieten verstanden Nächste Nachricht von Ihr Reibs Janis Ach, aus Wohngebieten